Michael Schindeggers Kameraarbeit unterstützt diese Atmosphäre mit Bildern, die zwischen intimer Nähe und beunruhigender Entfremdung oszillieren und schafft so eine visuelle Ebene, die den Zuschauer tief in die Geschichte hineinzieht. Die Musik von Kavan Maruf und die sorgfältige Tonarbeit von Teda Schifferdecker ergänzen die bildliche Erzählung um eine akustische Dimension, die die Spannung unterstreicht und emotional berührt. Die Schauspielleistungen, insbesondere die von Krasnitzer und Neuhauser, tragen den Film mit einer Intensität und Glaubwürdigkeit. Die das Publikum von Anfang bis Ende fesseln. Was Tatort, dein Verlust jedoch besonders macht, ist die Fähigkeit eine Geschichte zu erzählen, die sich nicht nur auf die Aufklärung eines Verbrechens konzentriert, sondern auch auf die menschlichen Beziehungen, die unter extremen Bedingungen auf die Probe gestellt werden. ... Vielen Dank.